Altersarbeit, Rentnerarbeiten, welche Vorteile habe ich davon? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Sie wollen sich trotz ihrer Altersrente noch nicht in den tatsächlichen Ruhestand begeben, also zur Ruhe setzen im sprichwörtlichen Sinne. Wie viel sie zur gesetzlichen Rente dazu verdienen dürfen, ohne ihren Rentenanspruch zu gefährden, hängt aktuell im Jahr 2022 noch von ihrem Lebensalter ab. Erhalten sie schon vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Altersrente, gelten beim Hinzuverdienst bis zum 31.12.2022 noch 46.060 Euro anrechnungsfreier Hinzuverdienst. Ab dem 1. Januar 2023 soll es dann bei vorgezogenen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenze mehr geben. Diese fällt ersatzlos weg. Am 1. Dezember 2022 entscheidet der Bundestag über das entsprechende Gesetz der Bundesregierung. Wenn Sie aber weiterarbeiten bei einer vorgezogenen Altersrente, entfällt hier die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rente nicht. Das heißt, ein Verdienst über der Geringfügigkeitsgrenze ist rentenversicherungspflichtig und steigert die spätere Rente. Das gilt natürlich auch, wenn Sie einen versicherungspflichtigen Minijob haben. Aber hier ist es so, dass die Rentensteigerung doch wirklich sehr überschaubar ist. Wir sagen zwischen 4 bis 5 Euro im Jahr pro Monat bei einem Jahr Minijob-Tätigkeit. Wenn Sie aber bereits die Regelaltersgrenze erreicht haben, können Sie grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen. Das ist die Regelung, die gilt auch jetzt schon. Eigene Beiträge zur Rentenversicherung müssen Sie dann im Grundsatz nicht mehr zahlen. Sie dürfen aber das und erhöhen so jedes Jahr Ihre Rente. Dazu müssen Sie nur gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit verzichten. Die Regelaltersrente erreichen Sie, wenn Sie nach dem 31.12.1946 geboren sind und zwar schrittweise zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr. Alle, die 1964 und später geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze grundsätzlich nur noch mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben und weiterarbeiten möchten, können Sie unbegrenzt hinzuverdienen und es gibt Vorteile bei der Rente. Sie erhalten einen Zuschlag, wenn Sie Ihre Rente erst später in Anspruch nehmen oder aber eine höhere Rente, wenn Sie neben der Rente arbeiten und selbst weiter Beiträge einzahlen. Das dürfte einigen von Ihnen noch gar nicht so bekannt sein. Ich möchte die Regelaltersrente später in Anspruch nehmen. Dann erhalten Sie für jeden Kalendermonat, den Sie die Regelaltersrente nicht in Anspruch nehmen, einen Zuschlag von 0,5%. Das macht dann für ein Jahr späteren Rentenbeginn ab der normalen Regelaltersgrenze dann 6% höhere Rente aus. Das sollte man sich aber wirklich überlegen, denn Sie verzichten ja dann auch noch gegebenenfalls freiwillig auf Rentenleistung und ob sich das über die Lebenszeit dann amortisiert, ist tatsächlich hier genau zu prüfen. Ich möchte die Regelaltersrente beziehen und weiterarbeiten. Ab Erreichen der Regelaltersgrenze sind Sie grundsätzlich versicherungsfrei. Sie müssen dann selbst keine Rentenbeiträge mehr zur Rentenkasse zahlen. Ihr Arbeitgeber schon, also der muss dann immer noch zahlen. Diese Beiträge, die der Arbeitgeber hat, zahlt in diesem Fall bei der Versicherungsfreiheit, haben keinen Einfluss auf Ihre Rentenhöhe, auf die zukünftige Rentenhöhe. Sie können aber Ihrem Arbeitgeber gegenüber erklären, dass Sie auf die Versicherungsfreiheit verzichten wollen und weiter auch eigene Rentenversicherungsbeiträge in die Rentenkasse einzahlen nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Einmal im Jahr erhöht sich dann Ihre Rente und zwar dann nicht nur durch die eigenen Beiträge, sondern auch dann wieder in Kombination mit den Beiträgen durch den Arbeitgeber. Daher kann sich jeder, der nach der Regelaltersgrenze noch arbeiten möchte als Rentner, überlegen, ob er die Vorteile, die das Rentenrecht ihm hier bietet, wirklich annehmen möchte oder nicht. Ansonsten wünschen wir Ihnen selbstverständlich ab Erreichen der Regelaltersgrenze oder mit Ihrer Regelaltersrente einen wohlverdienten Ruhestand. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.